UNTERTITELUNG Es ist eine Frage der Fitness. Es ist eine Frage der Übung. Eigentlich ist es eine Frage der Zahlen. Regel Nummer eins. Niemand redet über den Schwimmclub. Was ins Becken geht, bleibt im Becken. Männer synchron schwimmen? Sie sehen hier das britische Männerteam. Das hier ist nicht irgendein Club. Es ist eine Idee. Ein Protest. Gegen die Sinnlosigkeit des Lebens. Gegen das, was es uns geworden ist. Das ist voll schräg. Ich denke, Mom hat recht. Du drehst durch, Dad. Das sind Männer. Wieso sind das Männer? Liegt an den Chromosomen, denke ich. Fahrt doch auch nächsten Monat nach Mailand. Mailand? Da ist die Weltmeisterschaft. Ein absolutes Nein. Niemals. Wieso sollte ich mir das ansehen? Weil ich da mitmache. Ich möchte wirklich, dass du stolz auf mich bist. Auf was? Dass du mit Männern schwimmst? Abbott. Das ist auch nicht so, dass du mit Männern schwimmst. Ich möchte mich nicht, dass Böden die jurisdmehrung. Ich möchte mich nicht, dass du mit Männern schwimmst. Ich möchte mich nicht nur mit unseren Bildern.